So, äh, was testen wir heute hier, Pluisi? Ja, heute sind die, die Blasio Elliot Fireworks dran. Und zwar die Cobra 3, äh, Black Powder 4. Reiß mal auf die schöne Packung. So, dann übergebe ich dir mal die Camish. Ja, so sehen die ganzen Dinge aus. Testen wir jetzt erstmal schön die... Nice, die haben ja nur einen Vorbrenner. Schöner Knall. Waren schon ganz gut. Ja, sehr nice. Ich glaube, die sind eigentlich unübertreffbar. Genau. So, dann komm mal mit. So, dann komm mal mit. Nice, dieser Schall. Ja, das hat einen Schall hier. Ja. Sehr, sehr gut. Sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann bis zum nächsten Mal, Pyros. Und dann bis zum nächsten Mal, Pyros.